Hiho, hier ist Ronja und wir sind heute auf der Batman-Map als Detlefs im Thanos-Modus, der Neuesten, was ihr bestimmt schon bei Tops und Flo gesehen habt. Falls nicht, dann Dax könnt ihr auch sehen, aber okay. Da sind wir im Endeffekt Avengers und Thanos und nicht Wölfe und Schaf. Ah, Wagnos. Es geht mir nicht, Topf! Oh! Flo, du bist Thanos, hab ich gehört. Willst du zusammenarbeiten vielleicht? Also, ey, dieser blöde, aggressive Tobias, der killt mich gleich. Hilf mir mal. Töt ihn doch einfach. Ey, Tops wollte mich killen. Ja, guck mal, der da drin war, der wollte mich killen. Wer ist das hier auf meinen Teppichen? Tops, bist du das? Ey, was bin ich? Bist du, hast du dich hier gerade runtergestürzt? Nein, ich bin draußen im Garten. Judith, wer hat mir alles will. Wer hat mal gekillt? Judith sagt, Tops ist das killen einfach. Nein, nein, hat er nicht. Das darfst du ja gar nicht verwenden, weil das wäre Mieter-Gaming. Das darfst du mir gar nicht verwenden. Sonst sage ich das meiner Mama. Und dann schon. Das ist der Mieter-Gaming. Ey, Tops, hab ich nicht, weil Julia gesagt hat, sondern wenn ich sowieso so machen wollte. Okay, tut sich gut. Ja, wäre jetzt auch mein primärer Plan gewesen, aber... Die Juni hat gesagt, ich habe ihn mit Wolfheim gesehen, nicht. Oh, warte. Ich habe jetzt eine Ledermütze und ein Steinschwert. Was hast du so, Flo? Conja hat eine Lederfütze. Ich habe kein Leben. Oh, gut. Das wird sehr gut sein. Hier, in der runter. Noch ein Steinschwert. Was ist das? Nix. Ich will damit. Vonja ist generell, glaube ich, immer ein bisschen verwirrend, wenn sie Minecraft spielt. Bei Roblox, da weiß ich ja, da sagt sie, da geht es ihr auf. Das ist ihr Spiel. Nein. Tops, du hast es, Tops, nein, in Overwatch, das ist ihr Main-Game. Oh, richtig, danke, Overwatch. Ich spiele jetzt seit, wie viel, zwei Tagen Overwatch, weil ich genötigt wurde von den anderen beiden. Bitte was? Ja, du wolltest es auch mit uns spielen. Wir haben gesagt, ja, lass uns Overwatch spielen. Du hast gesagt, ich bin Overwatch, das würde ich auch mal gerne testen, hast du gesagt. Genau so, was Julian. Okay, tschüss, Julian. War schön mit dir. Und dann lief es nicht so gut. Allgemein. So, das ist eine Zusammenfassung von meiner Overwatch-Experience. Ja, das finde ich sehr gut, Ronja. Ja? Okay. Ich gehe jetzt wieder aus meiner Höhle unten raus. Ich finde es nämlich langweilig hier unten. Wo seid ihr denn so? Ich sammle nur Holzschwerter. Ich bin gerade Hinterausgang. Okay, wo ist der Hinterausgang? Ja, ich bin drin im Geheimgang. Wo ist denn der Geheimgang? Ich bin verwirrt. Hallöchen, da haben wir doch was. Jetzt bin ich in einem Bierkeller, innen drin. In einem Bierkeller. Ich meine natürlich in einem Apfelsaftkeller. Uh. Ja, okay, natürlich. Ich habe jetzt 27 Golddinger. Ist ja goldig. Tops. Also. Würdest du sagen, du bist im Goldrausch? Warum? Ihr beide, warum? Uh, 40 Gold. Ich bin indeed im Goldrausch. Ich hole mir jetzt einen ersten Case. Flo schlägt mich in den Sack ab. Okay, ich bin kein... Ich bin kein... Tops macht... Tops macht Ultra Damage. Tops hat den Power Stone, dass er mehr Stärke hat. Oh, okay. Wir killen Tops. Ich habe den Ultra Damage gemacht. Okay, warte. Wo ist Tops? Tops, Tops, Tops? Flo, wenn du mich siehst, dann nimm irgendwie einen Stein in die Hand oder fang an zu hüpfen oder irgend sowas. Weißt du, bist du das? Ja. Okay, das ist Tops. Ich kill Tops. Ich kill Tops. Oh, oh. Flo, du bist das? Ernsthaft? Weißt du? Du kannst Ronja dazu bringen? Du kannst alle dazu bringen, einfach zu sagen, ja, lass uns Tops töten, weißt du? Aber wenn ich das probiere, dann sagen die, na? Ist das jetzt... Ist das nicht... Er ist doch... Er ist doch Wolf. Er ist doch Wolf. Nee, er ist Thanos. Nice. Ja, Ronja, hast du Sachen? Hier hast du alle Sachen. Danke. Flo? Ich kann's erklären. Ja. Okay, was ist dein Erklärung? Du nimmst das alles, Ronja. Tops ist direkt neben mir. Ich kenne den... Es war ein Missgeschick. Tops, mein ganzes Inventar, es war... Hör auf! Das war alles, als ich gesammelt habe. Aber ich habe auch Glück. Was ist denn das für ein Müll? Ich kill dich gleich. Aus Prinzip? Nein. Ronja, ich habe dir geholfen. Ich habe dir geholfen. Okay, weißt du was? Weißt du, wir killen. Wir killen. Wo ist Flo? Also, als ich das letzte Mal Flo gesehen habe, war er noch unten. Aber dann ist er raus bei diesem Klavierraum. Das heißt... Das ist natürlich eine logische Erklärung, warum du nicht im Klavierraum gewesen sein kannst. Kann ich mein Klavier spielen? Was machst du im Klavierraum? Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Nicht? Nicht? Warte, wer... Wieso? Nein! Okay, Flo. Wer hat dich gekillt? Wer ist es? Wer könnte es sein? Wer ist es, Tops? Ich will ihn noch killen. Oh, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Komm her. Komm her. Ach, komm, bitte. Flo, Flo, komm. Renn nicht weg. Sei kein Weichei. Ich bin nicht gesprungen. Mist. Renn dir? Ich habe fast alle Dinge gespielt. Warte kurz. Flo, bitte. Lass uns doch fair kämpfen. Willst mich hier nicht binden. Lass uns doch fair kämpfen. Eins gegen eins. Hä? Wie klingt das? Wo bist du? Warte. Ich habe hier keine Rubies. Alter, ich habe so einen Müll. Aber in Unmengen. Ich bin... Äh... Hier. Nein! Pff, ja, frech. Komm her, komm her. Ich kill dich. Ich kill dich. Ich kill dich. Das ist keine Chance. Nein! Okay, so, wir sind jetzt, äh, Map geswitcht. Jo, mei. Für Anwechslung. Ich bin auch Avenger. Ich bin Avenger. Ich muss euch alle töten. Äh, okay, das... Rechte auf deine Helden, Freunde. Thanos hat es auf euch abgesehen. Oh, okay. Äh, ich habe gehört, Julian ist der Wolf. Das heißt... Äh... Es gibt keinen Wolf. Es gibt keinen Wolf. Achso, Thanos meine ich natürlich. Julian ist Thanos. Kann man das essen? Was ist Thanos? Thanos? Habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Ich wusste, to be honest, nicht mal, dass er der Bösewicht ist. Kann ich das in, in Kuchen geben? Oh, warte, ich bin nicht weh hier rein. Kann man, kann man hier noch in Stein sterben eigentlich? Thanos in der Kleingang, geht das noch? Oh. Ne, ne, ich glaube nicht. Ich bin im unterirdischen Geheimgang und noch war keiner hier. Oh, mei. Deswegen habe ich jetzt ein Dier-Schwert. Ätschü, ätschü. Ey, wenn du in dem, bist du im Gang beim Baum? Ja. Dann gibst du keine geheime Kiste. Geh nochmal zurück in den ersten Raum. Ich bin im ersten Raum. Oh, aus der Nier ist es da jetzt und in einer Ecke ist im Boden noch eine Kiste. Das war ein Geschenk, das ich mir selbst machen wollte. Danke für diese Information. Oh, nice. Ja, ich habe gerade einen Iron Golem aktiviert, weil ich relativ low war. Komm nicht an die Kiste. Oh ja, oh mein Gott. Nice, ein Golem. Nice. Oh, mei. Das ist... Also ich wäre dafür, dass man irgendwie machen könnte, dass man Holzschwerter tauschen könnte, zumindest gegen irgendwelche anderen, zum Beispiel. Ähm, Tops, äh, was hältst du von? Nein. Ähm, doch. Ihr sagt es echt oft, ha? Wie wäre es, wenn wir die fusen könnten zu einem Superholzschwerter? Ja, oder das waren die... Oh mein Gott, ich bin gerade ein, ein, ein mal eins Block runtergeflogen. Okay, werde ich jetzt sterben? Nein. Haben wir den auch hier gefixt? Ja, ja, haben wir gefixt. Ich habe extra geschuckt, bevor ich rausgelaufen bin. Ey, da kann ich... Oh, was? Es war Julian. Es war Julian. Ey, ich habe es gecallt. Ich habe... Ich hatte noch das Iron Golem. Alles klar, nächste Runde? Das ist ein Golem. Das ist ein Golem. Ich bin Avenger. Ich habe... Tobias. Ey, hör auf! Ronne ist... Ich habe aggressiver Tobias gemacht. Ach so. Du bist aggressiver, Tobias. Ja. Ey, was ist eigentlich die werbliche Form von Tobias? Tobiasine? Tobina. Was ist denn die wendliche Form von Ronja? Ronja? Nein, Ron. Idiot. Stimmt, Ron. Nein. Robert. Ja, klingt... Klingt nah dran. Klingt plausibel. Was ist es bei Flo? Florentina. Florentina? Oder Florencia. Ja? Was macht mehr Sinn? Bei Julian ist Juliana. Oder Julia einfach, oder? Oder Julia. Oder Jaina. Oder Zirkus. Ey, ey! Julian! Oder irgendwer! Ich sammle schon mal Gold. Sie ist einfach nicht komplett in den Berg runtergeflogen. Was hast du gemacht? Ich habe sie über den Berg runtergeschossen. Oh, ich hasse Julian. Ich auch. Ich bin ein Avenger. Hey, ich bin bei Wolf-Tester. Will irgendjemand sehen, dass ich ein Avenger bin? Wer ist das? Okay. Ey, warum mich nicht? Welcher Avenger bist du denn, Ronja? Äh... Spider-Man. Spider-Man. Wer ist Ronja? Der Neue. Aber nein, nicht der Neue. Ronja mag den Neuen, habe ich gehört. Ich hasse den Neuen. Der Film war so schlecht. Es tut mir leid, wenn irgendjemand von euch denkt. Ich mag den eigentlich. Hab den Marvel, oder wer? Nein, der neue Spider-Man. Wer war das eigentlich? Flo, wirst du das? Okay, doch. Okay, ich vertraue dir. Ich habe jetzt schon sieben, sieben Holzschwerter. Bist du gerne in den Mikro ran zum Besteilen, oder ist das jetzt ein neues Ding von dir? Ja, das machst du ja gelegen. Das habe ich im Frühjahr noch nie machen gehört. Das ist jetzt scheinbar neues Hobby. Ich habe auch vier Holzschwerter. Okay, ich brauche noch drei Gold für einen Weapon. Oh, komm mit. Warte, 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 warte. Wo ist denn die Höhle? Ich bin in der Höhle mit. Oh, nice. Ey, 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 warte, warte. Ich wurde angerufen. Ich wurde angerufen. Ja, Tops ist Thanos. Tops ist Thanos. Tops war nämlich auch AfKar. Tops, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der ist das hier, der hat gerade rolled. Ich. Ich, ich, ich. Ich habe gerade rolled. Da vorne ist Tops. Der ist Thanos. Wo ist das? Er war gerade AfKar. Was? Er war gerade AfKar. Er war gerade AfKar ist Thanos da vorne. Ey, ich glaube dir, aber ich sehe ihn nicht. Er war gerade einfach AfKar und... Du musst in den Brunnen reinsteigen. Ja, weil ich angerufen wurde hierher in dem Gegend. Ja, 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 ja. Und das andere Leute. Ups, gibt jetzt andere Freunde. Ja. Ich wurde neulich auch angerufen. Wer ist gerade... Weil ich mich mit Freunden treffen wollte, haben die mir abgesagt. Echt? Echt? So. Wo ist... Ich kann... Warte, hier ist ein Wasserfall. Hier ist kein Brunnen. Wo ist denn Julian? Äh, ne, Tops meine ich. Hä, warst du wieder mit mir? Nichts mit dir. Wer ist das? Beim Bauch? Wer ist das 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 beim Bauch? Tops, bist du das? Nein, das ist ja. Ronja, kann ich mich an! Ronja, kann ich mich an! Ja, ich greif dich an, weil du der Wolf bist! Warum bin ich an? Oh, hoppala. Es ist Ronja. Nein, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig. Es ist Ronja. Hallo, ich fühle mich schuldig. Es ist Julian. Oder Flo. Nee, ich bin nicht. Es ist safe. Bist du es wieder, Flo? Safe. Nein, ich bin's nicht. Warum sehe ich wieder was? Ja, ich will nochmal testen. Ich will nochmal testen. Ich bin's nicht. Ich hab Tops aber getötet. Jule, dreimal Thanos auseinander. Hä? Es ist... Ich kenn mich nicht mehr aus. Entweder Flo oder Ronja. Ich bin's nicht. Wirklich. I swear. Oder ist der Zeichen der... Oder der Zeichen. Ich bin's nicht. Ja, ich hab drei Gold. Warte, wo bist du denn? Wenn ihr wollt. Wie Porn-Case. Obwohl, warte mal. Warte, warst du nicht am Anfang der Runde mit mir testen und ich hab gesagt, ich vertraue dir, Flo? Ja. Das ist Julian. Ja. Eigentlich schon. Ich war grad nochmal testen. Hä? Aber... Da schaust du Pilzen die haben. Nein, nein, nein. Wir sind direkt am Anfang der Runde gegangen. Wer? Das ist Julian. Ihr ist er bei mir. Ist er? Okay. Ist er. Oh, Ronja! Oh, er schießt! Er schießt! Oh! Kannst du zurückschießen? Adol! Nein! Drei Mal! Julian, du Hacker! Ich bin schon wieder Avenger, Julian. Bist du wieder Thanos? Ich auch. Ich auch. Weißt du was, Ronja? Ey, ist Tops jetzt? Es ist Tops. Es ist einfach nur... Nein, ich bin's einfach. Tops, Tops! Ich weiß ja nicht mal, dass ich jetzt bin! Es war Tops. Hey. Was? Flo? Ich hab einfach das Gefühl. Was wolltest du gerade sagen? Eigentlich könnte ich mich doch einfach nur hinstellen, damit ihr mich töten könnt. Weißt du? Dann gehe ich mir was zu essen holen. Oh. Eine Möglichkeit? Nein, nein, nein. Dann könnt ihr dann so sagen. Ja. Aber dann kannst du nicht gewinnen. Willst du nicht die Herausforderung annehmen, uns zu töten, bevor wir dich töten? Guck mal! Es ist, als ob du Wolf wärst. Jede Runde. Weil wir jede Runde versuchen, nicht zu töten. Was ist hier gerade passiert? Meine Rubies sind kaputt gegangen. Was? Hast du gegessen, Flo? So wie deine Diamonds. Vielleicht hat er den Timestown gemacht. Nein, was siehst du bei der XP aus? Hat jemand Randomizer gemacht? So. Warte, irgendwie komm ich nicht in die Kiste. Doch, jetzt komm ich in die Kiste. Wer ist da, wer ist da, wer ist da? Was kann ich mir... Komm mir da eine an! Hey, das ist Tops. Na, Tops, ich will nicht. Na, Tops, ich will nicht. Wirklich, ich will nicht. Ah, das kla... Okay, danke. Ich werde den Syrien einfach aus Prinzip töten. Ronja, willst du Rubies? Äh, sicherlich. Er war so auf... Ich bin aber leider kein Thanos. Ich kann, äh... Shattered Rubies. Wie? Es ist Tops, es ist Tops. Es ist Tops. Es ist Julian. Ronja, bist du das? Warte, ich bin, ich bin hier. Ich hüpfe mit Shattered Rubies in der Hand. Es ist Tops. Okay, Ronja, hier hast du das Schwert, ja? Ich hab schon... Ne, hör doch jetzt auch mit den blöden Holzschwertern. Hier, kannst du selber nehmen. Ich wollte dich sein. Da hinten ist Julian, da hinten ist... Ja, ich hab selber ein Holzschwert. Und der kleine Drecksack, Alter. Wir werden müssen es auch, wissen es! Ich sag, ich sag, ich sag dir was, Julian. Der ist Tobias! Nein, der ist... Guck mal, der ist beim Baum, der ist beim Baum, der ist beim Baum. Ich schraue dir. Ich werde... Warte, wo beim Baum? Um nur über drei Mal ins Geld, also ich... Es ist einfach, Tops. Wissen eigentlich... Wissen du hier alle, was es ist? Ja. Ich will meine blöden Rubies reparieren! Wo... Wo seid ihr? Ich bin... auf einer Mission. Ich habe ein paar Shattered Rubies, weil ich es nicht wünsche. Weißt du was? Haben wir hier irgendwo einen Crafting-Block? Können wir da eine Ruby-Rüstung vielleicht draus machen? Komm her, komm her, komm her! Ja, Tops. Mach es noch offensichtlicher. Oh, du bist actually schuldig. Nein, 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 nein. Du bist actually schuldig, ich hab's gesehen. Du bist actually schuldig, ich hab's gesehen. Ich bin beim Baum. Ich bin beim Haus. Beim Baum, 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 baum. Beim Baumhaus? Ich habe gesehen, dass du schuldig warst. Ich hab's gesehen, ok? Ich hab's gesehen. Ohne das Leerzeichen der Wolf. Flo, komm. Ich hoffe, wir hunten jetzt True or Down. Ja, mach ich jetzt auch. Nein. Du wüsstest nicht, hab ich recht? Ich will einfach Rache haben. Weißt du, Julian? Du bist nicht der Wolf, nehm ich an. Ist das korrekt? Was ist das? Ich bin auch wirklich nicht der Wolf. Du bist total aus, ne? Pass auf. Ey, schönes Wetter heute. Ah, schönes Wetter heute. Ah. Wer auch immer dieser Shit gebaut hat, dem werde ich den Daumen brechen. Warum steht da drauf, dass es stinkt? Ja. Joja schreibt, ich. Nein! Flo, wo bist denn du? Hinter dir, hinter dir! Das bin ich nicht, das bin ich! Wer ist das, wer ist das? Das ist Flo. Das ist Flo. Also, wer ist Flo? Den, den du haust? Was krieg ich jetzt? Blut! 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 Nicht meine Shattered Rubies! Wie hast du das überhaupt hingekriegt? For realties! Komm mit Abloh! Kampf! Nein! Mach was vorher! Warte, warte, ich komm mit runter. Ja, nein, ich hab ein Slidebit gefunden. Blut! Goddammit! Okay. No! Wo bist du? Komm ja du! Kleiner! Ich mach dich fest! Dich! Dich! Oh! Ich hab den Highgrove! Boom! Dich! Mach dich down! No! Rampage! Nein! Flo, du warst ein unerfälliger Thanos übrigens! Ich war nicht da wohl! Nein! Nicht schon wieder! Können wir das removen bitte? Was ist das? Kannst du eine Petition machen? Nein, eigentlich nicht! Ich starte eine Petition! Wir könnten einfach lauter machen, oder? Ich bin kein Fan vom Ronja-Schrei! Er ist sehr laut und sehr penetrant! Und er wird... Was ist das? Er wird allgemein oft gespammt! Aus meiner Erfahrung! Wer ist das hier? Ich bin das! Das bist du okay! Es ist Tops! Er schlägt mich! Ich sage aus, es ist Tops! Ich glaube wirklich, es ist Tops! Ich hab mich auch geschlagen! Einmal im Leben schlägt mich zu! Tops hab mich geschlagen! Es ist Tops! Es ist Tops! Es ist Tops! Es ist Tops! Er will mich zu Tode schenken! Warte! Hä? Bonja! Hör auf! Ich hab ein bisschen Robies! Wer auch immer der Traum ist! Wer auch immer der Traum ist! Wer auch immer der Traum ist! Es ist Tops ohne Frau! Könnt ihr bitte wohl auch für euch töten! Ich hab nicht genug Gold für euch alle! Äh, Julian? Ja? Bonja? Ja? Tops? Tops! Leider nicht! Tops! Wenn du stinkst, sag jetzt nichts Tops! Okay? Du stinkst, Julian! Hä? Tops laut! Gegen die Regeln verschossen! Ich hab wirklich Tops! Oh! Ohpala! Hast du gesehen? Hast du gesehen? Es ist rein, ja! Das ist ärgerlich! Hey, aber Flo, wir können kooperieren und Julian töten! Was sagst du dazu? Aber was hab ich davon? Ähm, ich kann dir einen Stein kaufen vielleicht! Okay! Ein Deal! Okay! Aber welchen Stern? Welchen willst du? Ähm, hm, den Machtstern? Warte mal! Dann brauche ich noch Gold für! Ich muss mal looten! Und ja? 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 Guck! Guck! Einfach selber, oder? Guck! Ich will dich nicht töten! Ich will dich nicht töten! Ich will dich nicht töten! Ich will kooperieren! Okay? Okay! Töten, Julian! Wie willst du bitte? Ich hab ganz viel Gold und ganz viel Emeralds! Okay, wenn du mir alles gibst, dann kauf ich dir was du willst! Entweder Ronja oder du findest der Wolf! Gut investiertes Geld, was du da gerade in die Hand genommen hast! Ich hab doch schon gesagt, dass ich's bin und Julian hat gerade gequittet! Ich frage mich! Ja! Ähm, Flo, sag mal, wer könnte es denn sein? Hey, lass uns doch, ähm, kooperieren! Wir zwei! Es muss doch nicht immer böse enden! Ich bin's nicht! Also, ich werde hier oben bleiben! Ich kenn die Idee! Es ist tops! Warte, ich komm da nicht hin! Ich bin kein guter Jump-Runner! Oh, nein! Nein! Hör auf zu rollen! Was tust du denn da? Hallo! Was soll denn das? Böse! Nein, lass das! Flo! Nein! Oh! Stirbst du? Nein! Flo! Julian ist wieder da! Nein! Julian lebt, oder? Nein! Das ist Mist! Julian! Disconnecte mal wieder! Lebt er? Ja, ich glaube! Ist doch wieder gejoint! Ist doch nie gestorben! Hey, hey Flo! Hi! Na! Hat scheinbar nicht mehr gelebt! Easy! Ist nie gestorben! Danke, Ronja! Danke! Okay, gut! Dann war's das! Ich glaube ich, oder? Wollt ihr noch weiter? Ja, das war's, oder? Eigentlich war's das! So, das war's für diese Folge! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da! Und, äh, schreibt einen Kommentar! Zum Beispiel, dass Top stinkt! Oder ähnliches! Äh, was? Ich hab grad Topstück gemacht gekriegt! Oh, nice! Okay, gut! Bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschau!